Hallo und herzlich Willkommen zu Splätten, Splätten, Splätten Wir splätten rum, wir plätten Leute Unsere Männer und uns splätten So ist Splatoon Ähm, es wurde wieder, im Übrigen Splatfest angekündigt hier, Shit Ich hab auch nicht aufgepasst und weiß nicht wann Katzen gegen Hunde, werden wir vielleicht machen, ich weiß nicht Ja, Verbindung zum Internet wird hergestellt Wir nehmen heute die 3K-Zielliter-irgenden Shit Ich weiß nicht, wie es heißt Das ist Deko, glaube ich, heißt die Das ist, äh, neue Waffe Naja, wenn dann Wollen wir Herrschaft spielen? Ne Machen wir nicht Ja, ich hab mich jetzt mal Oh, Punk-Kazios-Skatepark Ich hab mich jetzt mal dazu entschieden, dass ich mal meine Grundsätze brechen werde Und einen Sniper nehme Ne, er kann einen Sniper nehmen Ein Scharfschützgewehr Naja, das ist sogar die extreme Variante von den Scharfschützgewehren in Splatoon Denn die hat einen, äh, Sucher Heißt Sucher, heißt Sucher, ne? Äh, wenn man lang genug auflegt, dann zoomt das ran und da kann man kaum noch was sehen Super, ich weiß Äh, naja Die Waffen sind eigentlich nicht dafür, sich ins Gefecht zu stürzen So wie ich das hier gerade mache Verdammt Ah Mann, ey Wer ist das? Stephanie Fucking Stephanie Naja Da muss man halt eigentlich taktischer vorgehen, als ich das gerade getan hab Aber ich dachte sogar so, äh, wieso? Boah, muss man ja nicht, ne? Wieso? Da hinten Da kommen die hier, kommt hier schon wieder Stephanie an, oder wer das ist? Ah, verdammt, 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 ah Ah Alex Komm, den snipen wir jetzt von hier hinten ab Boom, verdammt Nein, komm her, du Komm her, du Okay, bleib da hinten, bleib da hinten Töte ihn, Psychoquasto Ah, 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 wo kommt das denn jetzt her? Stirb, 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 stirb Ah, scheiße Ja, wenn man am Anfang, wenn man am Anfang Bleib jetzt einfach hier auf Spawn stehen Da können die, glaube ich, mich nicht treffen Äh Ist echt asozial Verdammt, wir kommen hier nicht weg Okay, was sollen wir machen? Äh Stirb doch Du bist tot Okay, jetzt, jetzt geht's los Moment, jetzt geht's los Okay, 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 okay Da ist noch einer Okay, ich möchte Ich will nicht Ich will das nicht Äh, ja, also dieses Match, das sieht aus, als würden wir gewinnen Wunderschön, das Also dieser Strich Der spricht schon dafür Für eine eindeutige Dominanz Ja Ja Ist ja schön Und ich war sogar der Beste Das ist das Ach, das ist traurig Wenn der Sniper der Beste aus dem eigenen Team ist Das ist traurig Ah Oh ne, nicht schon wieder Parkesios Skatepark ist aber echt scheiße Das ist Der ist Das ist Das ist Wenn man vorgerückt ist Dann Ist man vorgerückt Dann Kriegt dich da keiner mehr weg Das ist echt Ne Finde ich eigentlich nicht gut Ich meine, du selbst Wenn du in der Gruppe bist Die Vorrückt Die Da denkst du dann Goal Haben keine Chance Aber Wenn du in der anderen Gruppe bist Dann merkst du, dass das Ziemlich scheiße ist Na komm Da oben ist einer Bedammt Da habe ich extra noch die Gruppe gewechselt Dumped Dumped er verabschiedet der verabschiedet verabschiedet ein in einer neuen Probeck sehr gut da war sie besser als ich das ist mir vorkommen kommt es ist gut oder schlecht ist es es war ein gesagt ich finde es eigentlich ganz in Ordnung da verdammt na fucking diego der hat der doch eine amiibo rüstung ich glaube das ist eine amiibo rüstung oder doch nö jetzt sieht es nicht mehr so gut aus nein ey das war voll getroffen ich kommentiere hier auch viel zu scheiße Zeit na echt nicht gut was ist passiert ich habe ihn getötet glaube ich ne habe ich nicht oh verdammt komm schnell vorrücken das ist das ist das ist um das sieht bis aus sieht echt gut aus eigentlich haben wir gewonnen bämm mit der sniper ist man immer so im getränk das ist schrecklich ja das ist schrecklich aber ich habe ein schönes Outfit an ja und das sieht eigentlich relativ stylisch aus relativ serious ach und was ihr machen könnt weil das ist jetzt wirklich ihr Splatoon ist wirklich eigentlich relativ scheiße zu kommentieren weil das ist eigentlich das hat halt keine Story da kann da erlebst du nicht mal was wirklich relevant ist ähm wenn du scheiße laberst ähm ihr könnt mir äh Sachen schreiben die über die ich reden soll schreibt mir mal äh Themen im nächsten Part habe ich mir jetzt gerade überlegt in dieser eine einer Minute Pause ähm werde ich über hier Harrowora's Lettons wieder reden weil das Spiel finde ich halt echt super er kriegt mich nicht Bombs hehehe wie er einfach da steht und noch Hoffnung hat ah verdammt und vorgrabbein und mann special aktivieren Moiki Mike sie Maxi ich kann es nicht lesen das stört für Schöpfle 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 genau so ein Plan ich denke nach und der andere die bringe einfach um ich glaube da rechts kommt einer Egal der gute der gute der gute äh Ethan hat es schon erledigt sich aufm aufm Gamepad na stirb, 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 stirb oh mein Gott habt ihr das gesehen? sehr gut wow man ich bin so gut was ist es es ist neben uns vorgewirkt und jetzt kommen wir Ach ja, ist das nicht schön, wenn man den Leuten das zurückgeben kann, was sie dir genommen haben. Ne, Moment, das klingt falsch. Ah! Verdammt. Ich sollte öfter die Warp-Punkte setzen. Ich glaub, jetzt kommen die aber bei mir wieder rein. Was? Nein! Nein, nicht die Verbindung, nein! Was ist, was ist los? Okay, keine Ahnung, wieso das gerade passiert ist und ich find's auch nicht gut. Aber bleibt wohl nichts anderes übrig, dass wir noch ein Match machen. Ja. Nächstes Mal werde ich über Hyrule Warriors Legends sprechen, denn es gibt wieder News. Für euch jetzt vermutlich nicht mehr so News sind, nämlich hier Horror-Kid und so. und, äh, Phantom-Gunnen. Äh. Äh. Aber, ja. Boah, schick mir mal, schick mir mal Themen. Es ist immer gut, wenn man sowas hat, wo man sagen kann, hey Leute, das ist voll jetzt die Community-Sache. Na, schick mir mal, schick mir mal. Ha! Hab' ich auch noch erledigt. Ich hab' noch erledigt. Xialu! 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 Es geht irgendwie voll badass! Weißen nicht, wie wenn ich das so gut finde, ne? Ich glaub' die von hier drüben, komm' ne? Komm' ne? Komm' ne? Komm' ne? Ja. Ja. Ich hab' die von hier drüben, komm' ne? Da kann man nicht hoch, oder? Da ist doch... Doch kann man. Oh. Ah. Ich fühl mich ab, Sniper. Kann er mal ganz klar vergessen. Nein! Oh! Ja, komm, bring sie um. Ja, so viel ist... Stopp. Stand da so viel, ich konnte es nicht kriegen. Ich kann es halt echt nicht wirklich gut lesen. Aber oh mein Gott, es sind meine Lieblingsfarben in dem Spiel. Orange und Blau. Weil die Farben, die haben den besten Kontrast. Vielleicht ist hier irgendjemand Farben drin. Aha. Oh, was? Der hat mich noch gar nicht... Oh. Berührt. Mann, ey. Das ist asozial. Na egal. Wie die... Oh, das hat sich gereimt. Also asozial, na egal. Ich komm hier so quer rüber. Nein! Oh! Sialuk hier. Mann, ey. Egal, hier drin können die mich nicht treffen. Oh. 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 Ich mach jetzt einfach... Ich probier's einfach noch einen Ego-Trip zu machen und einfach... Kompletter durch zu... ...rushen. So noch möglichst viel einzufärben. Mh. Ja, das so gut funktioniert, wie ich... ...gehofft hab. Ja. Ach, Mann. Ist doch traurig. Fucking Sniper. Naja, das war's dann für diese Party. Ich... ...hoffen mal, ihr seid im nächsten Part wieder dabei, wenn's... ...heißt... ...bleh tun. Und... ...der hat null Punkte! Ach, der hatte ein Disconnect vermutlich mal. Ich erkläre jetzt so einiges, wieso wir so scheiße waren. Naja. Ciao. ... ...